Jakobs Kaffee, wunderbar. Heute die ältere Schwester. Meine Schwester war schon immer eine perfekte Hausfrau und die kommt morgen, Frau Sommer. Deshalb brauche ich einen richtigen aromatischen Kaffee. Nehmen Sie Jakobs Kaffee, der hat das ganze Aroma und für Ihre Schwester den besten von Jakobs, die Krönung. Kompliment, Schwesterherz, die gute Hausfrau erkennt man am guten Kaffee. Verrätst du mir, welcher das ist? Der beste von Jakobs, die Krönung, ein wunderbares Aroma. Genießen Sie das ganze Aroma von Jakobs Kaffee, wunderbar.